Leute, ich habe ein Key zur Verfügung gestellt bekommen, danke an HeadUp Games und dieses Spiel Katalism ist so mega geil, dass ich einfach süchtig danach geworden bin. Oh mein Gott, was ist passiert? Zu erwähnen ist, dieses Game befindet sich in Early Access, das heißt es ist noch nicht Final, aber es gibt kleine Bugs, die man verbessern sollte, als Beispiel einige Texte sind noch Englisch, aber wie gesagt, wenn ihr mehr über dieses Spiel erfahren wollt, schaut einfach in die Beschreibung rein und ich würde sagen, wir schnacken nicht lange, wir gehen rein in dieses tolle Game und übrigens HeadUp Games, das sind die Macher von Terraria, falls dem einem das irgendwie zusagt. In diesem Sinne, schaut euch dieses Video an und liked, liked, liked und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Wie geil war das letzte Folge, bitte Leute, oh mein Gott und ich würde sagen, wir spielen einfach dieses geile Game weiter, irgendwie fasziniert mich dieses Game, es ist ruhiger. So, wir hatten ja letzte Folge, falls ihr euch daran erinnern könnt, die Skorpione zusammen gemacht, damit sie heftiger werden. So, alles ist gleich geblieben. Danke nochmal an die Publisher, die uns dieses Game hier zur Verfügung gestellt haben, oder die Entwickler. Weiter geht's. Wir sind ja vor dem ersten apokalyptischen Reiter entkommen. Zack, habe ich hier einen Schlüssel jetzt mitgenommen, ich weiß gar nicht, was ich hier machen kann. Das gefällt mir. So, wieso kam keiner auf die Idee, Kartenspiele mal zu mischen mit Heroes of Might in Magic like mit Dungeons oder sonstigen. Ich finde das schon mega geil. Geil. So, wie komme ich jetzt hier runter? So, zählichkeitsschwach. Wir greifen nochmal das an. Ich versuche jetzt nicht zu viele, oh was ist das? Gift. Vergiftestimmelangriff. Plus zwei Schaden. Ja. Der macht dann gleich sechs Schaden. So. Wen können wir rufen? Unser Skorpion auf jeden Fall, der ist aber 18. Plus den hier, weil er klaut. So, erster Schlag natürlich auf ihn. Und weißt was, tschüss. Oh, da ist noch überlebt. So, ich will auf Sparmodus gehen. Das sollte unser Skorpion eigentlich schaffen. Komm Skorpion. Ich glaube an dich. Komm Skorpion, das solltest du alleine schaffen. Na? So, ich wollte nicht zu viele Goldruhen verbrauchen. So, was kriegen wir jetzt? Giftling. Gift regenerieren. Sieht das geil aus. Ich möchte mal vor, hat Bock die ganzen Karten zu sammeln. Ha. Erinnere mich so ein bisschen an Pokémon. Nein, Spaß beiseite. Aber. Ja komm, wir greifen direkt an. Ich weiß nicht warum, ich habe irgendwie Bock alle anzugreifen. Oh. Ein Golem. Hm. Hm. Der muss auf jeden Fall rein. Dann machen wir den Giftling, würde ich sagen. So. Der. Geht auf den Golem. Und der auch auf den Golem. Dann ist ein Golem schon mal weg. Weg. Und dann machen wir mal eine Flamme auf das hier. Ja. Das saß. Golem wegklatschen. Können wir den jetzt rein holen? Nein. Nicht genug Goldruhen. Oh oh. Das wird jetzt schwierig. Aber. Unser Giftling hat das geschafft. Einfach schön weggeklatscht hier. Waldwicht. Ey. Jedes Mal plus eins, plus eins. Wenn du einen Zauber sprichst. Was für Karten sind hier? Bin ja mal mega verblüffend über diese Karten. Kann ich hier runter? Nö. Und wir haben unser nächstes Artefakt. Fliehen erstmal. Was macht das? Mischt eine Krautzauber unter dein Deck. Kostet und heilt. Komm. Zieh den Ring an. So. Können wir irgendwas hier mischen? Einen Schlüssel haben wir. Oh. Moment. Nein. Könnten wir Wald mit Giftling mischen? Ne. Nur dieselben Karten glaube ich können wir mischen. Hmm. Sie können die aber auch herunterstufen. Dann nämlich Leute. Sind das nämlich 9, 9. Und das sind dann 8, 8. Da können wir mehr, mehr setzen. 4, 2 Angriff. Anders herum. Es ist 3, 9. Aber kostet dann 16. Hier ein Angriff, 7 Leben. 7. Kostet nur 9. Ein Angriff, 7 Leben. 3 Angriff, 12 Leben. Ich mach das mal so Leute. Ich mach das so. So können wir mehrere Karten auf einmal legen. Weil die sind nicht so stark im Moment. Regenerieren. Was ist das? Regeneriert bei einem verwundenen Wesen. 2 Gesundheit. Also 1 Skorpion würde ich mal hin tun. Das tue ich auch hin. Und dann natürlich die. So. Fangen wir mal mit ihr an. Er hält jedes Mal ein, wenn du einen Zauber sprichst. Nein. Mit ihm fange ich mal an. Komm, vergifte es. Er hält jedes Mal plus 1, wenn du einen Zauber sprichst. Dann wollen wir doch mal unseren ersten Zauber sprechen. Kann aber auch angreifen. Cool. Ah, der hat gar keine Chance eigentlich. Komm. Komm, die beiden schaffen das schon, oder? Ich will jetzt nicht ihn umsonst verbrauchen. Ah, sie braucht Hilfe. Komm. Kleiner Beicher. Kleiner Beißer. Komm rein hier. Und tschüss. Waldwicht. Sehr schön. Beute nimm. Ich würde sagen... Skorpion machen wir stark. Waldwicht machen wir stark. Fünf und eins. Sechzehn. Eins und vier. Was ändert sich da um? Da ändert zwei um. Eins und fünf. Eins und vier. Zwei und vier. Drei. Und neun. Ich lass mal nur unseren Skorpion erstmal stark. So. Mit dieser Armee gehen wir jetzt mal hier weiter. Oh, was ist das? Deinen Zauber kosten im nächsten Kampf? Ein weniger. Okay. Waldwolf. Zehn. Angre vier. Zwei. Angre vier. Hm. Hm. Hauen wir die mal rein. Hauen wir die mal rein. Und versuchen wir mal mit ihm. So. Der klascht ihn schon mal weg. Sehr schön. Die greift ihm schon mal an. Ah. Gar keine Chance. Nichts ganz. So. Das war's. Ja. Ja, 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 ja. Komm, die beiden müssen das schaffen. Gut ausgewichen. Das war ich an diesem kleinen, da war ich mega gut aus. Gesagt und gestorben. Wir haben ein kleines Problemchen. Äh. 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 Da sind wir irgendwie gestorben. Nein. Die folgende Karte befindet sich auf meinem Friedhof. Wir haben Karten verloren. Nein. Nein. Wir haben das einfach zu locker genommen. Scheiße. Wir hätten das nicht locker nehmen sollen. Wir haben Karten verloren, Leute. Ah. Ist das gemein. Steinritter. 4-4. Komm. Angriff. 5-5. 5-5. 5-5. 5-5. 5-5. 5-5. 5-5. Von den. Ah. Geil. 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 Ist nicht schlimm. Da kriegen wir neue Karten. Oh. Man muss echt zu gut aufpassen. Ey. Komm. Ey. Komm. Warum geht das nicht? Aber ich das sammeln muss alles hier. Ich will die zusammen machen. Hat schon Maximalstufe? Ach, die haben schon Maximalstufe. Na komm, rauf da. Was macht das? Bringt Samen hervor, die zu verbohren heranwachsen. Ach du Scheiße, Fünfer-Schaden. Kann ich hier irgendwie die Karten wechseln? Ich glaub nicht. Mit irgendeiner Taste? Nein. Hm. Dreier-Schaden, Vierer. Den nehm ich auf jeden Fall, der macht Vierer-Schaden. Und den nehm ich auch. Dann wir ein bisschen was zurückbekommen. Oh, mit einem Schlag hat er ihn weggeklatscht. Oh. Wir kriegen immer neue Karten nach jeder Runde, wie ich gemerkt hab. Blutschuh, Opfer, ein Wesen, ziehe eine Karte. Ey, jedes Mal er plus eins, wenn du einen Zauber sprichst. Gib mir die Karte. Oh. Den Schlüssel haben wir. So. Wir haben unsere Karten wieder. Endlich. So, weiter geht's. Bonus erhalten. Bonus erhalten. Ah. Komm, Angriff. Golem und der Death-Stimm. Das will wir sehen, er leid am Ende seinen Zug schaden. Hm, hm. Hm. Das ist schwierig. Den bräuchten wir eigentlich. Ah, es ist mega schwer. Wir haben nicht so die einzelnen Karten. Das ist natürlich dumm. Fünfer Schaden. Wir könnten einen Golem weghauen. Was ich auch jetzt mach. Immerhin ein Golem weniger. Der macht zweier Schaden. Gehen wir auf den kleinen hier. So, neue Karten, bitte. So, den kommen wir hervor. Äh, nur einser Schaden. So, ist egal. Golem ist nicht so stark. Also, er macht zwar dreier Schaden. Aber er macht kein Gift. Von daher könnten wir das jetzt hier noch schaffen. Oh. Oh mein Gott. Der klatscht mich weg. Aber ich klatsch ihn zurück. Was haben wir bekommen? Waldwicht, Waldwicht, Waldwicht. So, können wir Waldwicht höher machen? Stufe 1. Drei Neuner. Zwei Schaden. Vierer. Drei. Neun Leben. Aber er macht nur dreier Schaden. Ich mach mal so. Maximalstufe. Stufe 1. Im Moment sieht er gut aus. Was macht das? Opfer ein Wesen, zieh eine Karte. Puh. Spannend, Leute. Wenn wir jetzt hier vorankommen. Die sind immer scheiße. Diese Krabbelkäfer. Und der auch noch. Der macht vierer Schaden. Hm. Ich würde sagen, eins zum Lämen. Nein. Nein. Vierer Schaden. Zweier Schaden. Den müssen wir leben. Den müssen wir wegklatschen hier. Ah, da kam sein Gift. Mega, 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 mega. Den holen wir jetzt hier mit rein. Leben den Typen. Nein. Drei. Oh, gut ausgewichen. Wir müssen jetzt leider Zug beenden. Ah, da hat er kassiert. Ah, schön, die Karte noch reingeholt. Und damit haben wir den Sieg. Puh. Also man muss echt ein bisschen überlegen. Man darf nicht alle Karten auf einmal erhöhen oder so. Zwei und eins. Zwei und eins. Wird zu drei und eins. Kostet aber zwölf. Ah. Er macht zweier Schaden und ein Saar. Macht dreier Schaden. Ein Leben nur. Außer ein Stiel. Ich nur den ersten Angriff. Kann nicht gelähmt werden. Ich glaube, ich hole die Kleinen erstmal rein. Das nächste Wesen, das du beschwörst, hat zwei plus Gesundheit. So, wir haben irgendwas wieder bekommen. Steht bei allen Wesen am Ende des Zug zwei Gesundheit wieder her. Mischt ein Buch des Feuers, Karte und Sekt. Wenn du die spielst, kannst du einen Zauber aussehen. Krass. Was geht hier ab? Wir werden immer mächtiger. Schon wieder was entdeckt. Ja komm. Verborisch. Ist schwach. Hat zwar Fünfer Schaden, neun... Hm. Fünfer Schaden. Das heißt, er wird ihn mit einem Schlag wegklatschen. Müssen wir jetzt gut überlegen. Aber das sollte eigentlich klappen. So. Machen wir doch mal hier erster Angriff. Ja. Damit hat er nämlich den richtigen angegriffen. Und kassiert sehr viel Schaden. Und er geht natürlich wieder auf ihn. Klar. Weißt du was? Tschüss. Ha. Mit dem Feuerball haben wir ihn einfach erledigt. Wie grandios war das denn bitte? Dieb. Steht jetzt mal. So. 2 und 5 und 11 wird 22 kosten. Stiehlt 6, wenn er Schaden zufügt. 3 und 10. 2 und 5. 3 und 10 ist zwar gut. Aber das Problem, dass es dann 22 kostet. Stiehlt 6. So stiehlt er nur 4. Ah. Schwierig, Leute. Schwierig. Schwierig. Einer Schaden 7er, aber vergiftet. Macht aber 9. Somit 18. 3er Schaden. Ich lass meinen Skorpion stark. Ich weiß nicht warum. Ich lass meinen Skorpion stark. Ja komm. Angriff. Bis jetzt läuft das ja gut. Wie gesagt. Lehmdings auf jeden Fall reinnimm. Dann, dass wir die Punkte hier klauen. Jetzt würde ich ihn versuchen zu lähmen. Ja. Sehr schön gelähmt. Klauen wir die Punkte. So. Haben wir nämlich dann 11. Dann ziehe ich den nochmal rein. Und klauen nochmal Punkte. Und er kriegt immer jedes Mal 2er Schaden. So. Da er gelähmt war. Mega gut. Wir versuchen ihn nochmal zu lähmen. Und gib uns hier deine Punkte. Sieg. Bis jetzt läuft das richtig gut hier. Uff. Uff. So. Ihr könnt hier mal reinschreiben, ob ihr noch mehr von dem Spiel sehen wollt. Baumhüttenwache haben wir jetzt. Krass. Oh nein. Oh nein. 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 Ich kann ihn mir nicht angucken. Wo ist der Schlüssel? Wo ist der Schlüssel? Wir haben den Schlüssel. Wo müssen wir lang? Wo müssen wir lang? Öffne. Öffne. Wir sind noch zu schwach Leute Nächstes Mal legen wir uns mit ihm an Aber im Moment Oh Und da sind die Quests So Ich schaue mir ganz kurz nochmal an Baumhirtenwache Dieses Wesen regeneriert zwei Gesundheit Am Ende seines Zuges Den nehmen wir auf jeden Fall mit rein 15 von 40 Karten haben wir gerade So Klick um mehr zu erfahren Neue Funktion Wirt Neue Funktion Verschlagen Sprich mit dem Wirt um eine Quest zu erhalten Schließ deine Quest ab Und er wird dich mit neuen Karten belohnen Das ist geil gemacht mit Quest Approach the Goblin in Sella But sometimes it might be worth it Warum auf Warum auf Englisch Ich hab doch hier gemacht Deutsch So Leute ich würde sagen Wie das hier weiter geht Seht ihr in der nächsten Folge Und Leute lasst mir doch ein Daumen nach oben da Und natürlich hier ein Abo In diesem Sinne bis zu deinem nächsten Video Ich sag ciao 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 Und natürlich bis zu deinem nächsten Video Bis zum nächsten Mal